Er ist behindert, weil mein zweiter Monitor gerade nicht erkannt wird und ich weiß nicht wieso. Jens, was ist das? Dessen? JENS! Die verblicken mir lieber auf dem Kopf. JENS! Was hast du getan? Ich bin zu schnell in die Kurve. So, erstmal gesaved. Glaubst du, das steht nach dem Restart überwichtigung? Weiß ich nicht, aber ich gatte dich jetzt erstmal. Nein! Jaaaaah!